Hey, irgendwo sind jetzt in diesem Moment zwei Leute dabei sich gegenseitig das Hirn aus dem Kopf zu poppen. Du nicht. Du guckst dir das gerade an. Was für eine Alternative. Dass der religiöse Eifer und der Glaubensmut des Kaplans nicht leere Worte waren, dafür hatte er übrigens kürzlich einen Beweis geliefert, indem er sich erboten hatte, einen gefahrvollen Missionsposten im östlichen Asien zu übernehmen, von wo noch kein Missionarleben zurückgekehrt war. Zu seinem großen Kummer hatte der Plan aufgegeben werden müssen, weil es der Missionsgesellschaft an Geld fehlte. Seine Gedanken waren recht gewöhnliche Sonntagsgedanken, aber er entwickelte sie in einer frischen und lebenden Sprache und es herrschte Totenstelle in der Kirche, während er sprach. Selbst das junge Freundin Esther wurde aufmerksam und hielt inne mit ihrem heftigen Weinen, um zu lauschen. Frau Engelsdorf hingegen hörte und sah nichts. Sie hatte ihre ganze Aufmerksamkeit auf zwei Männer gerichtet, die im letzten Augenblick auf der äußersten Stuhlreihe drüben auf der anderen Seite des Sarges Platz genommen hatten. Den einen kannte sie nur zu gut aus früheren Zeiten. Es war Rechtsanwalt Sandberg und sie erriet, dass der andere mit der Negerfratze Schuldirektor Brandt war. Die ganze Zeit während der Rede des Probstes hatten sie da gesessen und miteinander geflüstert und sie war dabei ununterbrochen beobachtet. Jedes Mal, wenn sie dahin sah, leuchteten diese beiden verschlagenen Augenpaare ihr entgegen, wie die Mündungen von blanken Büchsenläufen, die aus einem Hinterhalt auf sie zielten. Nach der Feierlichkeit in der Kirche fand die Bestattung draußen unter ein paar hohen Hänge-Eschchen Stadt, wo sich die Familiengrabstätte befand. Dem Wunsch des Verstorbenen gemäß verrichtete der Kaplan das Erdaufwerfen und kaum hatte er mit einer starken Stimme die Worte aus der Erde, sollst du wiederauferstehen gesprochen, als auch schon die vier Messingbläser des Wählervereins mit einem Choral einfielen, der die Hunde unten im Dorfe heulen machte. Durch eine Allee von verlegenen, grüßenden Menschen gingen Frau Engelstoft und ihre Tochter zu dem wachenden Wagen mit dem Flor umwühlten Laternen hinaus. Auch draußen vor der Kirchhofspforte wimmelte es von Neugierigen, die sie auf beiden Seiten aufgestellt hatten, um sie zu sehen. Sobald sie Platz genommen hatte und die Wagentür geschlossen war, zog sie daher die Gardinen vor die Fenster. Während der Heimfahrt nach Sofienhöhe war sie sehr unruhig. Rechtsanwalt Sandbergs und Schuldirektor Brandts lauernde Augen verfolgten sie unaufhörlich. Sie hatte wieder einen Schimmer von den beiden Schurken erhascht, als sie auf den Kirchhof verließ. Und wenn sie sich nicht irrte, hatte der Vogt von Sofienhöhe selber mit ihnen zusammengestanden und boshaft in seinen roten Bart gelächelt. War es ein Komplott? Und was führten sie im Schilde? Sie war ärgerlich über sich selbst, weil sie sich von einer so törichten Verschwörung beunruhigen ließ. Was hatte sie zu fürchten? Solange die Toten nicht zum Reden gebracht werden konnten, sollten weder List und Gewalt ihr irgendein Beständnis entlocken. In Bezug auf ihr Gewissen war sie sicher. Das hatte sie freigesprochen. Sie hatte nur getan, was die Mutterpflicht ihr befahl, wenn sie Betrug mit Betrug vergalt, um das heilige Geburtsrecht ihres Kindes zu schirmen. Im Übrigen war sie davon überzeugt, dass Nils schließlich sein Unrecht eingesehen und es wieder gut gemacht haben würde, falls er gelebt hätte. Sie hatte also in Wirklichkeit nur getan, was selbst auszuführen ein unglücklicher Zufall ihn verhindert hatte. Bei einer Biegung des Weges ward plötzlich Sophie-Höhe, über den rostbraunen Wäldern sichtbar. Sie schob die Gardine zurück, die untergehende Sonne schien auf den kleinen, weiß getünchten Turm mit der blauen Uhrscheibe und den vergoldeten römischen Ziffern. Sie erinnerte sich jenes Herbsttages vor 20 Jahren, als sie denselben Weg von der Kirche nach dem Schloss fuhr, als glückliche Braut. Auch damals hatten die Glocken der Kirche geläutet und die Leute hatten sich um den Wagen gedrängt, um sie zu sehen. Und in ihrer Einfalt hatte sie an ihr Lächeln, ihre Glückwünsche, an den Schwulst der Festreden und die Treuegelöbnisse ihres schönen Bräutigams geglaubt. Sie wusste damals noch nicht, dass das Wort eines Menschen selbst das feierlichste einer Redensart war und das Ja und Nein in Wirklichkeit dasselbe bedeuten. Das aber hatte sie in diesen 18 Jahren gelernt, dass das Leben in der Lüge und in dem Betrug einen seiner schönsten Triumph verfeuerte. Die Welt wollte ihre eigene Schande. Wie der Mensch schon im ungeborenen Zustande seinen naturbestimmten Platz sich in dem Kot hatte, so gedieh der größte Teil von ihnen auch später am besten in Schmutz und Fäulnis. Wenn sie an die vereinzelten Menschen dachte, dass sie ihm ihre Güte und Treuewillen geliebt hatte, an ihre Mutter, an ihren armen Bruder Jean, an ein paar Spielgefährten, war es, was war es ihnen geworden? Niedergetreten, zermalmend. Während alle diejenigen, die sie verabscheut und verachtet hatte miteinander und Frauenschänder, Gemeineider und Frauenschänder, Fallspieler und offene Verbrecher, sich jetzt als leitende Männer der Nationen rings umher im Lande an der Festtafel breitmachten, betitelt und begrenzt. Der Erhoben des Volkes und des Landes. Der Wagen bog in die lange Allee ein, die zum Schluss hinaufführte. Esther, die während der ganzen Fahrt ein Taschentuch vor Augen, der da gesessen, geschlucht hatte, warf sich mit einem Ausbruch von Angst und Verzweiflung von der Leere, zu der sie zurückkehrte, an die Brust der Mutter. Frau Engelsdorf zog sie an sich, machte aber keinen Versuch, sie zu trösten. Sie strich ihr über die Wangen und sagte, du bist glücklich, Kind, du kannst doch weinen. Es war eine Woche seit dem Begrägnis vergangen und Frau Engelsdorf hielt sich immer noch auf so viel Höhe auf. So sehr sie sich auch nach der Einsamkeit auf Agar-Sögat sehnte, dachte sie vorläufig nicht daran zu reisen. Sie musste hierbleiben, um Ordnung in die vernachlässigte die Leitung des Gutes zu bringen. Sie wollte persönlich alles in Gang setzen, wollte wieder Sparsamkeit im Betrieb, Pünktlichkeit der Rechnungsführung einführen. Ja, sie dachte auch daran, einen alten Prozess mit der Wegbaubehörde wieder aufzunehmen, den Nils nach der Scheidung auf sich hatte beruhen lassen. Bei alledem vermied sie jedoch jegliche unnötige Herausforderungen der Volksstimmung. Sie wollte ihren Feinden Zeit lassen, sich zu beruhigen nach der großen Enttäuschung, die sie ihrer Raubgier verursacht hatte. Gegen ihre Gewohnheit ließ sie sich weder im Stall noch in der Märmeierei blicken, sondern blieb in ihren Stuben. Sie hatte den Gartensaal zu ihrem Arbeitszimmer eingerichtet und leitete den Betrieb hauptsächlich durch schriftliche Befehle. Es herrschte jedoch noch viel Unruhe unter den Leuten. Jeden Abend versammelten sich johlende Knechte und Mägde vor ihren Fenstern und fast täglich erhielt sie anonyme Drohbriefe, in denen gerade rausgesagt wurde, dass sie die Schenkungsurkunde gestohlen habe, nachdem sie Nils durch Ersticken umgebracht hatte. An einem Nachmittag stand sie in Gedanken versunken an einem der hohen Fenster in ihrem Arbeitszimmer, als sie unten im Garten Esther und den Kaplan entdeckte. Der letztere war auf eine Leiter in einem Apfelbaum geklettert. Esther stand unten mit einem Korb und zeigte ihm, wo die Äpfel saßen. Der junge Pfarrer war der einzige von den Leuten aus der Gegend, der noch auf so vielen Höhen verkehrte, da Frau Engelstorff eingesehen hatte, dass seine Freundschaft für den Verstorbenen ganz uneigennützig gewesen war. Auch benutzte sie ihn ohne sein Wissen als eine Art Speer. Jugendlich offenmündig, wie er war und ganz ohne Misstrauen erzählte er ihr kopfschüttelnd alles, was er ringsumher in der Gegend hörte. So wurde sie beständig genau davon unterrichtet, was man gegen sie plante. Diesen Augenblick war sie jedoch nahe dran zu bereuen, dass sie im freien Eintritt in dem Haut ins Haus gewehrt hatte. Wie sie Esther doch am Fuße der Leiter stehen und die Äpfel auffangen sah, die der Kaplan hinabwarf, ward sie von einer großen Unruhe ergriffen. Sie konnte sich kein größeres Unglück denken, als wenn sie Esther, das unentwickelte Kind, das sie war, schon jetzt in die Arme eines Mannes warf. Sie lobte sich selbst auf ihrem Posten sein. Freilich wurde es ihr schwer, sich vorzustellen, dass der Kaplan einer Frau gefährlich sein könne. Am allerwenigsten Estern, die in ihren Träumen beständig von Königs, Söhnen und Konzessinnen bevölkerten Wolkenschlössern lebte. Ein dünnbeiniger Theologe, dessen einzige Schönheit das blonde, lockige Haar war. Und doch, vielleicht war es eine gefährliche, berechnendere Person, als sie geglaubt hatte. War er nicht schön, so hatte er dafür ein lebhaftes, draufgängerisches Wesen, das einen unbefestigten Sinn wohl verwirren konnte. Stille Wasser, kann man da vielleicht auch sagen.